Hier, du hast den Biss. Ja, der ist Biss. Mach an. Läuft. Und wieder ein Fisch. Oh, der hat eine eigene Meinung. Eine sehr eigene Meinung. Wer so schüttelt, ist auf jeden Fall über einen Meter. Und hier ein Fisch. Opa. Diablo Extreme. Jetzt lädt der natürlich noch in die andere Route rein. Da ist der Nachteil an enge Stellen. So, der kam jetzt auf den Rotauge. Ist wie ein Medertag heute. Voller Kescher macht immer Spaß. So, da ist er. Auch wieder ein guter Meter-Plus-Hecht. Der kam diesmal auf den Toten-Rotauge. So. Ja, ich würde sagen, es läuft heute.